Hallo und willkommen zurück in der Sommerpause meines Podcasts Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Heute möchte ich mich kurz einem Thema widmen, was mir im privaten Bereich, aber auch in den Coachings ganz, ganz oft begegnet im Moment. Und zwar mit dem Struggle, also den Stolpersteinen, die für einige Menschen mit den lang ersehnten Corona-Lockerungen einhergehen. Was ist da los? Immerhin haben wir ja so lange gewartet, dass endlich die Situation wieder einigermaßen normal wird, dass alles öffnet, dass die Kinder wieder in die Schulen können, dass wir wieder ins Büro können und so weiter und so fort. Also warum haben so viele Menschen momentan das Gefühl, dass sie jetzt noch deplatzierter sind an dem Ort, an dem sie stehen in ihrem Leben, als während der Krise, in der sich mit Sicherheit jeder von uns hier und da ab und zu ein bisschen deplatziert gefühlt hat? Ich würde sagen, der Grund dafür ist ein Phänomen, was in Krisensituationen eigentlich ganz häufig auftaucht und eigentlich auch eher so eine Art Helferlein sein soll. Nämlich der uns tief innerliegende Wunsch, endlich einfach da weiterzumachen, wo wir unterbrochen wurden. In unserem ganz normalen, ja man könnte fast sagen Alltagstrott. Und dieser Wunsch ist meistens ein Gefühl oder eben der Wunsch, der unmittelbar dann schon auftritt, wenn die Katastrophe über uns hereinbricht. Also in dem Fall die Corona-Krise mit ihrem ersten Lockdown schon im März 2020. Das gilt aber auch für alle anderen Lebenskrisen, egal ob das schwere Erkrankungen sind oder andere große Veränderungen, die unser Alltagsleben so erstmal quasi unterbinden und mit denen wir nicht gerechnet haben. Wir wünschen uns von Anfang an einfach nur wieder ganz normal weitermachen zu können, als wäre nichts gewesen. Und es ist auch dieser Wunsch und dieser Gedanke, der uns überhaupt hilft, Krisenzeiten und vor allem Krisenzeiten, in denen die Zeit sich zieht wie Kaugummi, wie jetzt eben in der Corona-Krise, zu überstehen. Es ist die Hoffnung oder der Ausblick darauf, dass irgendwann alles wieder ganz normal wird. Und naja, unsere Vorstellung von normal orientiert sich natürlich an dem, was bis zum Eintritt der Krise oder der Katastrophe normal für uns gewesen ist. Und ja, damit hangeln wir uns also durch die widrigen Umstände mit dem Gedanken, der Tag, an dem alles ist wie vorher, wird kommen und ich werde weitermachen können. Im Idealfall vielleicht sogar so, als wäre nie irgendwas gewesen. Ja, und jetzt ist Corona zumindest gefühlt vorbei und alles strömt nach draußen. Vieles ist wieder möglich und naja, das alte Leben hat uns ja quasi schon fast wieder zurück. Oder doch nicht. Der Grund für den am Anfang erwähnten Struggle, den scheinbar viele gerade haben, der Grund für dieses Gefühl, irgendwie als ob es hakt und als ob man nicht auf den alten Weg zurückfinden kann, also den Alltagstrott vor Corona, obwohl er doch eigentlich wieder freigegeben ist, dieser Weg ist folgender. Du kannst nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Das ist die Lehre von einem der ganz, ganz alten, weisen Philosophen. Ob das jetzt Plato gewesen ist oder Sokrates oder vielleicht doch jemand anders aus dieser Zeit, kann ich dir nicht genau sagen. Es ist ja auch immer noch die Sommerpause und ich bin zu faul zum Recherchieren. Auf jeden Fall sagt uns dieses Beispiel folgendes. Hier in Berlin zum Beispiel fließt die Spree. Du kannst in die Spree steigen und du kannst wieder raussteigen und du kannst wieder in die Spree steigen. Und es ist immer noch die Spree, in die du steigst, nach dem ersten Mal reinsteigen und wieder raussteigen. Du steigst also zweimal in die Spree. Aber das Wasser, was da fließt und in das du reinsteigst, ist eigentlich nicht dasselbe wie vorher. Denn das Wasser, was da war, als du das erste Mal reingestiegen bist, ist ja beständig weiter geflossen. Und selbst während du im Fluss stehst, fließt das Wasser die ganze Zeit beständig weiter. Das bedeutet, die Sedimente, die mit dem Wasser vorbeifließen, ändern sich. Die Konzentration ändert sich, die Mineralien ändern sich. Und selbst die Fließgeschwindigkeit des Wassers wird niemals immer beständig die gleiche sein, wenn du reinsteigst, wenn du raussteigst oder wenn du drinstehst und so weiter. Alles, was existiert in diesem Universum, ist einem beständigen Wandel unterworfen, den es braucht, damit immer Neues entstehen und Leben passieren kann. Stillstand ist der Tod. Das wusste auch schon Herbert Grönemeyer. Also, warum fühlt sich die Rückkehr in die Normalität für manche von uns so super seltsam an? Weil auch du dich verändert hast. Du bist nicht mehr dieselbe Person wie vor anderthalb Jahren, als Corona angefangen hat. Vielleicht ist es ein bisschen untergegangen und du hast es nicht mitbekommen, weil die letzten anderthalb Jahre anstrengend und stressig waren. Aber du hast dich entwickelt. Du hast Erfahrungen gemacht, die du vor dieser Krise nicht hattest. Mit dir ist wahrscheinlich das passiert, was mit uns allen im Optimalfall passiert, wenn wir Krisen durchschreiten. Du bist gewachsen. Und vielleicht hast du sogar festgestellt, dass du manches, was vorher selbstverständlich Teil deines Alltags war, gar nicht mehr zurückhaben möchtest. Oder du hast Neues gelebt oder gefunden, was du eigentlich nicht unbedingt wiederhergeben willst. Wenn es dir auch so geht und du dich in dem eben Gesagten wiederfindest, sei also nicht beunruhigt oder fühl dich gar unter Druck. Vielleicht brauchst du etwas Zeit, um dich umzusehen und dich als der an der Corona-Krise gewachsene Mensch, der du heute bist, ein wenig mehr zu orientieren. Vielleicht willst du dich erst mal ein bisschen umgucken in dem, was war und in dem, was davor war und in dem, was jetzt ist. Was muss gehen? Was darf bleiben? Was soll wiederkommen? Stillstand ist der Tod. Geh voran. Alles wird anders. Deine Susi Deine Susi Deine Susi Untertitelung des ZDF, 2020